Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Planet Base. Ich habe hier schon wieder Stromausfälle. Das ist unfassbar. Woran hapert es denn jetzt? Nicht genug Sonnenenergie. Achso, weil die Windräder stehen. Oh Gott. Krass, ich brauche mehr Sonnenkollektoren. Los Leute, ihr müsst bauen. Ihr müsst den Sonnenkollektor bauen, den zweiten. Sonst haben wir keine Chance. Oh Gott. Wie viele Ressourcen haben wir eigentlich an Stahl? Haben wir überhaupt was? Ich glaube, wir haben gar nichts. Wir haben gar nicht genug. Kann das sein? Oh je. Da haben wir Rohstoffe. Strukturen haben keine Energie. Boah. Was ist das jetzt? Wir haben hier echt eine fette Energiekrise gerade. Nicht schlecht. Also, es ist schon schlecht für die Kolonisten. Aber ich finde das gerade spannend. Produziert ihr hier auch mal Stahl? Hallo, nicht schlafen gehen. Wir brauchen Stahl. Warte mal. Wir will mal hier die Dings ausblenden. Schnell, wir brauchen Stahl. Ihr müsst produzieren. Ihr Idioten. 88%. Wir brauchen Stahl. Oh oh. Da muss was repariert werden. Was ist hier los? Kommt. Beilt euch. Beilt euch. Oh nein. Der Energiespeicher wird schon wieder angezapft. Oh. Guckt euch diese Mini-Reserve an. Oh Gott. Nein. Nein. Wir haben gleich keine Energie mehr. Scheiße. Warum bläst denn der verdammte Wind nicht? Kann hier nicht mal ein Sandsturm kommen oder sowas? Dass die Windräder mal richtig durchdrehen? Oh Gott. Nein. Nein. Wir haben schon wieder keinen Saft mehr. Ich finde es auch witzig. Wenn der Schlafraum keinen Saft mehr hat, dann stehen sie einfach aus dem Bett auf und gehen in die Kantine. Das ist auch geil. Ich stehe, wenn nachts der Strom ausfällt, stehe ich auch immer auf und gehe erstmal was trinken. Ja. Ja, endlich macht hier mal einer was, ey. Oh Mann. Wir brauchen Eisen oder Stahl oder was. Oh, es kommt mal ein Schiff an. Ich raste aus. Wer kommt denn da an? Was sind das für Leute? Ich will das sehen. Ich will das sehen, was das für Leute sind. Ah ja. Adalberto Gomez, freiberuflicher Nahrungsmittelhändler. Ich kann Nahrungsmittel handeln. Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Ich brauche, ähm, Stahl brauche ich. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Ich brauche Stahl. Ich brauche Rohstoffe zum Bauen. 27 Prozent, 28 Prozent. Oh nein, der Energiespeicher wird schon wieder angezapft. Um Gottes Willen. Oh Gott. Oh Gott. Ihr müsst schneller produzieren. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh. Oh, habt ihr das gesehen? Das war auch schon wieder so knapp, ey. Okay, das habe ich unterschätzt mit der Energieproduktion, muss ich mal sagen. Das habe ich echt massivst unterschätzt. Oh nein. Wo sind die Arbeiter? Was macht ihr? Oh nein, es wird Nacht, ne? Es wird langsam Nacht. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Und diese blöden Windräder, die sind zu nichts zu gebrauchen. Zu gar nichts. Jetzt kommt mal ein bisschen Wind auf hier. Endlich. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, um den Engpass zu kompensieren. Scheiße. Kann ich das nicht abschalten, das, äh, Modul hier? Das wird wahrscheinlich... Das wird ja eh automatisch gemacht. Ai, 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 ai. Jetzt haben wir hier echt massivstes Problem gerade. Alter Schwede. Nein, bau nicht irgendwas hier mit Bioplastik. Das braucht kein Mensch. Wir brauchen Stahl. Macht Stahl. Ihr Hanseln, macht Stahl. Oh, wir haben immer noch zu wenig Leute hier, ne? Das ist unglaublich. Nein. Oh nein. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Scheiße. Oh Gott. Volles Stromausfall hier. Guckt mal. Ai, 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 ai. Scheiße. Roter Alarm, roter Alarm. Wir haben keine Energie mehr. Nein. Oh nein. Die Produktionsanlage hat keine Energie mehr. Scheiße. Kann ich nicht von dem Händler was kaufen irgendwie? Kann ich nicht... Keine Ressourcen. Na toll. Mann, irgendwas muss ich doch machen können. Shit. Ich meine, ich könnte... Ich könnte die Krankenstation recyceln. Wie viel wird denn da frei? Aha. Ein Stahlbarren ist klar. Ne, komm, das machen wir aber nicht. Ein Stahlbarren ist es nicht wert, glaube ich. Aber den Energiespeicher hier könnte man recyceln. Da kriege ich auch... Oh, das war knapp. Das hätte beinahe die Mine getroffen, das Steinchen. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt diesen Energieengpass aussitzen. Und einfach hoffen, dass es nicht zu lange dauert. Wahrscheinlich wird gleich wieder eine Sauerstoffwarnung kommen. Die ganze Base ist ohne Strom. Alles ist ohne Strom. Wir haben keine Energie mehr. Nix. Weil die verdammten Windräder sich einfach nicht drehen wollen. Na toll. Jetzt sind sie gefangen. Jetzt kommen sie nicht mal mehr raus, weil die Luftschleuse keinen Saft mehr hat. Klasse. Ganz toll. Okay, ich war ein bisschen verschwenderisch. Ich gebe es ja zu. Wartet mal, wenn ich so ein Windrad jetzt abreißen würde. Wie viel würde ich denn da rausbekommen? Zwei Eisendinger. Komm, das machen wir jetzt. Obwohl, nee, nachts ist das jetzt keine gute Idee. Das mache ich tagsüber, wenn dann die... Wenn die Solarpanels wieder ein bisschen Strom produzieren. Damit hier dieses eine... Damit das hier fertig wird. Das ist sowas von wichtig, dass dieses Ding hier fertig ist. Damit tagsüber die beiden Energiekollektoren hier vollgefutzelt werden mit Energie. Das ist unfassbar wichtig. Sonst werden wir alle sterben. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Hm. Ich meine, ich könnte auch diese Verbindungsgänge recyceln. Wartet mal. Ah, wartet mal. Nee, das machen... Okay, wir machen das anders. Ich habe eine Idee. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen jetzt hier... Ach nee, Moment. Das geht ja nicht. Moment. Ich muss einen Gang nehmen, der wirklich komplett überflüssig ist. Vielleicht... Äh... Diesen da vielleicht. Komm, den machen wir jetzt weg. So. Genau, jetzt habe ich nämlich eins. Ich brauche vier, ne? Okay. Eins habe ich. Wo kann ich noch was wegreißen? Den hier braucht man nicht. So. Und... Den hier, den sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt bauen, weil das verbraucht auch wieder nur unnötig Ressourcen. Das ist die Frage. Ist noch irgendwas doppelt angebunden, was ich nicht unbedingt verbunden haben muss? Wie sieht es hiermit aus? Ja, das mache ich auch weg, komm. So. Jetzt haben wir immerhin schon mal... Jetzt haben wir schon mal ein paar freigemacht. Eins, zwei, drei. Ich brauche immer noch drei. Achso, weil hier... Okay, das eine liegt nur da. Okay, die anderen müssen erst noch angeschafft werden. Alles klar. Dann brauche ich jetzt nur noch eins. Moment. Ähm... Welches können wir denn abnehmen? Das hier eigentlich. Diese Verbindung braucht man nicht. Weil die Verbindung geht ja hier rein. Und hier geht auch noch mal eine rein. Dann machen wir die weg. Okay. Dann können wir jetzt immerhin das Solarpanel bauen. Und das müsste eigentlich am Tag genug Energie produzieren, damit wir die Energielager vollkriegen. Oh Gott, ey. Ist das spannend. Wer hätte gedacht, dass man so schnell ins Verdarben wirtschaften kann hier. Das geht ja gar nicht. Komm schon, hol die Kiste. Hol die Kiste, hol die Kiste. Schnell, schnell, bewegt dich, komm. Komm. Komm, nimm sie. Ja. Schaff sie rüber, schnell. Oh Gott sei Dank. Die Sonne geht auf. Dann wird das nämlich jetzt gebaut. Und dann kommt hoffentlich, hoffentlich genug Energie rein, um beide Speicher voll zu machen. Alter Schwede. Wie viel... Haben wir noch Sauerstoff eigentlich? Komisch. Sauerstoffproduktion war diesmal nicht betroffen. Also nicht negativ betroffen. Zum Glück. Solarmodul groß. Na Gott sei Dank, ey. Endlich kann ich das Solarmodul groß bauen. Komm schon. Ich brauch einen Baubot. Schnell. Schnell doch. Fahr doch schneller. Ja. Oh Gott sei Dank. Es wird gebaut. Wir haben die Energiekrise gemeistert. Um Gottes Willen, ey. Das war knapp. Richtig knapp. Und das Spiel wird gespeichert. Wunderbar. So, jetzt füllen sich hier endlich auch mal die Speicher auf. Und dann haben wir endlich mal eine reelle Chance, die nächste Nacht auch mal ohne Energieausfall zu überstehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Und jetzt wird hier auch endlich mal ein bisschen was produziert. Jetzt stehen da auch endlich mal zwei Leute am Fließband. So, was könnte man denn jetzt noch bauen? Beziehungsweise, was sollte man jetzt noch bauen? Ist das Wasser grün? Guck mal, das Wasser im Tank ist grün. Sieht irgendwie sehr grün aus, muss ich sagen. Kann ich denen eigentlich beim Arbeiten zugucken? Ja, kann ich. Schneller. Ihr seid viel zu langsam. Brauchen mehr Eisen. Nicht schlafen hier. Arbeiten. Los. Verdammt. Sie hören nicht auf mich. Was könnte man denn noch bauen demnächst? Was könnte man denn noch bauen? Schauen wir mal, schauen wir mal. Was ist denn, was wäre denn notwendig? Eigentlich ja noch mehr Sachen zur Energieproduktion. Also der Mittelspeicher da, der ist schon mal fast voll. Und wenn der voll ist, wird der andere gefüllt. Der zweite. Genau, jetzt füllt der sich hier auch noch. Und das bringt uns hoffentlich gut über die Nacht. Über die nächste. Die nächst kommende. Die nächste Nacht, die kommt bestimmt. So, gucken wir mal. Genau, so ein Labor bräuchte ich mal. Um Arzneimittel zu produzieren. Machen wir das mal so. Geht das? Kann ich das mit dem... Ja, das kann ich nun wieder verbinden hier miteinander. Aber wir haben eh kein Baumaterial gerade. Deshalb. Aber es braucht auch nur einmal Stahl. Boah, diese Geräusche. Diese Explosionsgeräusche. Und ich baue mal noch... Ein Bett. Obwohl, nee. Das Bett ist gar nicht ausgelastet, was ich da habe. Sieht zumindest nicht ausgelastet aus. Die Kantine sieht auch noch nicht so wirklich ausgelastet aus. Ich glaube, wir haben noch Reserven auf jeden Fall. Das müsste eigentlich noch klappen. Obwohl ich jetzt echt mal sagen muss, die könnten echt mal ein bisschen schneller hier was produzieren. Vielleicht sollte ich... Genau. Ich weiß, was ich mache. Ich baue einfach zwei von diesen Dingern. Dann geht's auch ein bisschen schneller. Hoffe ich. Ich hoffe es. Okay, die Ressourcen vom Kolonieschiff, die sind fast aufgebraucht jetzt mittlerweile. Jetzt ist bald hier... Jetzt ist halt wirklich Eigenversorgung angesagt. Oh, die Pflanzen sehen nicht gut aus. Durch die Stromausfälle haben die Pflanzen ordentlich gelitten. Haben wir noch genug Wasser eigentlich? Moment mal. Muss ich mal gucken. Ist der Wasserspender voll? Sieht voll aus. Sieht gut aus, glaube ich. Also es müsste alles passen. Boah, da muss ich auch gleich mal einen Schluck Wasser trinken, ey. Das ganze Gerede von Versorgung und Wasser, da kriege ich selber Hunger. Und Durst. Oh, ein Schluckchen. Ein schönes Schluckchen Wasser. H2O. So, was fehlt hier jetzt noch? Was fehlt hier jetzt noch? Natürlich, es fehlt Eisen. Wir brauchen ja an sich nur eine Verbindung. So, die recyceln wir mal. Sonst kostet das wieder so viel Eisen. Dann wird das doch im Leben wieder nicht fertig. Wie viel Eisen kostet eigentlich so ein Ding? Auch eins? Boah. Okay, Eisen. Oder beziehungsweise dieses Stahlzeugs. Oder was das ist. Das ist echt die wichtigste Ressource hier. Ich merke das schon. Oh Gott, es wird wieder Nacht. Schauen wir mal. Werden die Speicher schon angezapft? Werden die Speicher angezapft? Ja, jetzt werden die Speicher angezapft. Die Windräder drehen sich aber mal mit maximalen Energie. Ich bin mal sehr beeindruckt, muss ich sagen. Endlich kommt mal über die Windkraft auch mal ein bisschen was rein hier. Jot sei Dank. Können wir das mal ein bisschen genießen hier, wie stimmig das aussieht. Diese Leuchtebasis. Schön so mit diesen Glaskuppeln und so. Nice. Ich bin mal gespannt, wo dieser... Dieses Eisen, was jetzt hier... Genau, das, was jetzt da produziert wird. Wo das hingeht. Okay. Das geht direkt zur Fertigungsanlage. Das finde ich gut. Dann wird nämlich schneller wieder Metall produziert. Metallprozessor. Sehr gut. Dann können nämlich zwei Leute Eisen machen. Also Metall. Dann bräuchten wir nur noch mehr Leute. Was kann ich denn machen, um mehr Leute in die Base zu locken? Eine Bar bauen. Ein Ort, an dem Kolonisten sich ausruhen und etwas trinken können. Oh, das kostet zwei bis vier... ...Stahldinger. So eine Erholungseinrichtung ist auch ganz schön teuer. Aber müsste ich, glaube ich, auch irgendwann mal bauen. So Erholungsparks und sowas. Weil ich glaube, wenn die Basis attraktiver wird, dann kommen auch mehr Leute. Weil irgendwie kommt keiner. Ich weiß nicht, warum. Ich brauche Menschen. Weil irgendwann fangen die bestimmt auch an zu sterben. Ich meine, allein schon aus Altersschwäche heraus müssen die ja mal irgendwann sterben. Nicht, dass ich dann irgendwann nur noch diese zwei Roboter da rumlaufen habe. Das wäre ein bisschen schlecht. Ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. Schnell. Gebt mir doch Eisen. Wie weit ist denn das hier? 92 Prozent. 93 Prozent. 94 Prozent. Komm schon. Komm schon. Jawoll. Wir haben wieder Eisen. Und das geht natürlich direkt. Genau zur nächstgelegenen Baustelle. Alles klar. Ja, ist aber okay. Das passt schon. Oh, guckt mal. Die sind hier ganz schön angefressen schon. Didi Morrison. Unterhaltung. Okay, Unterhaltung wollen sie haben. Shit. Es kommt mal ein Schiff. Handelsschiff. Handelsschiff ist gelandet. Äh, was bist du für einer? PS Mo... Mosian. Rohstoffhändler, Rohstoffhändler, Rohstoffhändler. Moment. Warte mal. Ich kann nicht handeln. Händlerhandel, keine Ressourcen. Basishandel, keine Ressourcen. Komisch. Ich kann ihn entlassen. Na toll. Und keine Menschen an Bord. Das ist ja doof. Ich brauche Menschen. Ich brauche Human Resources. Brauche ich doch ganz dringend. Okay, aber ich würde sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Ähm, unseren Fachkräftemangel, ja. Nenne ich es jetzt mal. Den müssen wir wohl bekämpfen in einer der nächsten Folgen Planet Base. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.